Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Evil Dead Rise. In diesem Film geht es um eine kleine Familie und zwar um Mutter Ellie, gespielt von Alyssa Sutherland, die man aus der Viking-Serie kennt. Dann die große Tochter Bridget, gespielt von Gabrielle Echols, die man zum Beispiel aus Remini-Songs, die Erinnerung stirbt nie kennt. Und die kleine Tochter Cassie, gespielt von Nell Fischer, die man aus Norsborg kennt. Und dem Bruder Danny, gespielt von Morgan Davis, den man zum Beispiel aus der Terra Nova Serie kennt. Und diese Familie leben zusammen in einer, ja mehr oder weniger sagen wir mal Bruchbude, sind aber eigentlich relativ glücklich miteinander. Nur halt der Vater, beziehungsweise auch Ehemann, ist halt nicht mehr da. Und ja, schlagen sich so mehr schlecht als recht so durch. Und ja, eines Tages kommt die Schwester von Ellie zu Besuch. Und zwar Bess, gespielt von Lily Sullivan, die man zum Beispiel aus Das Mädchen deiner Träume kennt. Und ja, sie kommt zu Besuch. Sie ist nämlich Gitarrentechnikerin und ist deswegen viel auf Tour und deswegen wenig zu Hause. Und ja, bringt allen erstmal ein bisschen Geschenke mit und so. Und erfährt dann auch erstmal alles, was so gerade so passiert ist. Und als das Thema mit dem verlorenen, beziehungsweise verlassenen Ehemann aufkommt, werden die Kinder Pizza holen geschickt. Was sie dann natürlich gerne machen. Und Danny fährt die beiden Mädels dann zur Pizzeria und holen dann Pizza. In der Zeit erklärt Ellie, Bess, was so alles so vorgefallen ist. Aber das alles wird ein bisschen unterbrochen. Denn während die Kinder wieder zurückkommen und in der Tiefgarage gerade das Auto einparken und aus dem Auto aussteigen, gibt es ein Erdbeben. Stärke 5, also ist das schon ordentlich was. Also da geht schon ordentlich was zu Bruch. Und den Kindern passiert jetzt erstmal so nichts. Aber die Tiefgarage, der Boden in der Tiefgarage bekommt ein Loch. Und weil das Gebäude auf einer alten Bank ist, wird da ein Raum frei, der eigentlich nicht frei sein sollte. Und ja, wie Kinder halt so sind, sehr neugierig. Lass uns doch mal kurz da reingucken. Ja, mehr oder weniger, ja, gehen sie da mal so ein bisschen rein und finden. Denn jetzt kommt auch ein Spoiler, der mit den vorherigen Teilen zu tun hat. Also ab da solltet ihr dann vorher die anderen Filme geguckt haben. Spoiler-Alarm! Finden sie das Buch. Und ja, nehmen das natürlich erstmal mit und noch so ein bisschen anderer Krempel. Gehen dann wieder hoch zur Wohnung. Die Mutter Ellie ist natürlich froh, dass den Kindern überhaupt nichts passiert ist, bis auf so ein paar kleine Schürfwunden. Und ja, Danny und Bridget schauen sich so die ganzen Sachen mal an und schauen sich auch das Buch an. Und Danny will es unbedingt versuchen zu öffnen. Und Bridget hat schon irgendwie so das Gefühl, das sollte man vielleicht besser zulassen. Und ja, es wird dann doch geöffnet. Und Sie sehen, da ist ziemlich wehre Zeichnungen, ziemlich böse Zeichnungen, dies, das und so. Und ja, dann liegt da noch eine Schallplatte dabei. Auf dieser Schallplatte sind ein paar Mönche zu hören oder ein paar Gläubige zu hören, die sich das Buch auch schon mal etwas genauer angeschaut haben. Was der junge Danny nicht weiß, dass da ein paar Worte gesprochen werden, die besser nicht ausgesprochen werden sollten. Ja, soviel zur groben Story. Also ich muss sagen, schauspielerisch ist der Film gut. Also die Schauspieler und Schauspielerinnen haben mir alle wirklich gut gefallen, durchweg. Kann man nicht sagen, die Effekte sind auch wirklich gut. Aber das war es auch schon so, was das Positive angeht. Also für mich ist das jetzt so ein bisschen so langsam Evil Dead ausschlachten bis zum Gehtnicht. Also ob ich jetzt Evil Dead 2013 gesehen habe oder jetzt diesen Film, macht jetzt für mich keinen großen Unterschied. Denn ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Film. Es bringt für mich so die Grundstory nicht weiter. Also es bringt für mich die Grundstory überhaupt nicht weiter. Denn weder hängen die Filme irgendwie miteinander zusammen, noch wird das Buch irgendwie da gefunden, wo das Buch bei Evil Dead 2013 verloren gegangen ist oder wieder irgendwo hingebracht wurde etc. pp. Nein. Es landet irgendwie da unten in diesen Katakomben und ja, keiner weiß eigentlich so wirklich wie und warum das da hingekommen ist und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, so langsam ist das Evil Dead Thema so ein bisschen durch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sollte jetzt wirklich einen Film noch machen. Einen einzigen Film. Am besten mit Ash dabei. Am besten mit, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Überlebende aus dem Evil Dead 2013 Film heißt. Und mit den Überlebenden aus dem Evil Dead Rise Film. Und die müssten dann alle gemeinsam gegen, sag ich jetzt mal, das ultimative Böse kämpfen und damit dann das Buch endgültig vernichten. Das wäre jetzt etwas, worauf ich jetzt Bock hätte. Weil irgendwie ist, die Grundstory wird überhaupt nicht weitergebracht. Also, ob man jetzt Evil Dead 2013 oder den neuen Film guckt, es ist, es spielt zwar alles mehr oder weniger im selben Universum, aber ob du jetzt den einen oder den anderen Film siehst, es ist zwar ein bisschen andere Handlung, ein bisschen andere Umgebung, dies, das und so, aber die Filme unterscheiden sich da echt sehr, sehr wenig, finde ich, miteinander. Also, da hätte ich jetzt doch etwas mal mehr erwartet, dass man sich da jetzt vielleicht mal so ein bisschen mal daran begibt, einzelne Handlungsstränge der einzelnen Filme so ein bisschen zusammenzufassen, ein bisschen vielleicht auch auf die alten Filme zu gehen, denn, ähm, zum Beispiel Armee der Finsternis oder Tanz der Teufel, wo die Filme ja ursprünglich ja ihren Ursprung haben. und, ja, anstatt, dass man darauf irgendwie ein bisschen eingeht oder so, macht man da jetzt einfach irgendwelche Geschichten, die man da jetzt irgendwie damit reinwirft. Hauptsache, dieses Buch kommt da drin vor und alle werden dann schon glücklich sein und, ja, nee. Also, da muss man jetzt sagen, macht doch mal einen Film, macht den geil, denn Effekte und sowas alles könnt ihr, habt ihr auch in diesem Film bewiesen, Grusel könnt ihr, Horror könnt ihr, Splatter könnt ihr, ekelige Sachen könnt ihr, das habt ihr in dem Film alles bewiesen. Jetzt müsst ihr aber nochmal so ein richtig geiles Drehbuch hier reinkriegen, wo ihr dann die ganze Story, am besten die ganzen Handlungsstränge zusammenbringt und dann einen ultimativen Film macht, vielleicht auch einen Zweiteiler von mir aus, wenn es ein bisschen zu viel Story wäre, wer denn würde, und dann alles einmal zusammengefasst und dann es zum Ende bringt. Weil, so, ja, es ist, es ist einfach dann einen Film machen anderen, mit irgendwie anderen Personen, mit anderen Umständen, aber es bringt die Story eigentlich gar nicht so wirklich weiter und, ähm, ja, ich brauchte es nicht. Ich bräuchte es nicht. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fan Shop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also, Evil Dead Rise ist, ähm, ja, ich sag jetzt mal, bringt einen nicht wirklich weiter. Wenn man jetzt gedacht hätte, man kommt jetzt langsam mal irgendwie da so ein bisschen mit der Story, mit der Grundstory weiter oder so. Man erfährt jetzt irgendwie mehr, dies, das, oder es passiert jetzt irgendwas. Nee, nee. Also da wird man dann doch ziemlich enttäuscht. Ist der Film schlecht? Nein, aber die Schauspieler sind halt gut, die Effekte sind halt gut, dies, das und so, aber wenn man jetzt so ein bisschen jetzt gehofft hat, man erfährt jetzt mal ein bisschen mehr, wird man halt enttäuscht. Und somit gebe ich den Film ja, so drei Totenköpfe, so zwischen drei und vier vielleicht, aber mehr gebe ich auch nicht, weil ja, dafür fehlt mir einfach zu viel. Dafür fehlt mir einfach zu viel. Und man hätte da mehr rausholen können. Man hätte da, in der Story hätte man da ein bisschen mehr reinpacken können. Bisschen, vielleicht so ein bisschen noch Rückblendungen vielleicht, von Ameda Finstern ist vielleicht ein paar Rückblendungen von Evil That Rise 2013, vielleicht noch was, Tanz der Teufel, etc. Irgendwelche Rückblendungen oder so. hätte man einfach ein bisschen mehr mitspielen können und vielleicht sogar auch müssen, weil so gibt mir der Film einfach zu wenig und ja, der Film ist nicht schlecht, ist auch auf jeden Fall ein Film, den man vielleicht im Kino sehen sollte, aber man sollte jetzt nicht, sage ich jetzt mal, da jetzt das große Feuerwerk erwarten. Ja, so kann man das ungefähr zusammenfassen. Das war die Filmbewertung von Evil That Rise. Wenn euch gefällt, was ich mache, klickt doch mal auf den Abo und den Like Button und schaut auch mal unten in die Videobeschreibung. Da gibt es ein paar interessante Links, mit der ihr meinen Kanal unterstützen könnt. Und ich werde auch jetzt demnächst auch immer wieder die Links von den Filmen reinpacken, wo ihr dann zum Beispiel die DVD bestellen könnt oder die Blu-ray oder was auch immer für ein Format ihr gerne bevorzugt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.